So ihr Lieben, es geht um Impfungen. Ja, ich weiß, es geht um Impfungen und Schwangere. Ich weiß, es wird jetzt sehr emotional wieder hier im Kommentarbereich. Ich bitte euch einfach nur da, die Emotionalität ein bisschen zurückzuschrauben, die subjektiven Meinungen auf das Minimum zu beschränken. Wir wollen hier wirklich neutralstmöglich beleuchten. Was ist gerade Sache? Wie ist die Studienlage? Und wie sehen die Empfehlungen aus? Es geht nämlich heute um die RSV-Impfung bei Schwangeren. Viel Spaß mit dem Video. Kurz die Basics. RSV ist hier sicherlich ein geläufiger Begriff, gerade auch wenn du Kleinkinder oder noch kleinere Kinder hast im Kita-Bereich. Jährlich haben wir mit diesem Thema zu tun. Die RSV-Wellen schwappen über die Kindertagesstätten und die anderen Betreuungsmaßnahmen bei Kindern. RSV ist der am häufigsten nachgewiesene Erreger der unteren Atemwege bei Kindern unter zwei Jahren. Noch ein lustiger Fakt. Im ersten Lebensjahr hat dein Kind zu 70% Kontakt, und zwar eine Infektion mit RSV. Wenn dein Kind zwei Jahre ist, hat es mit nahezu 100% Kontakt mit RSV zu haben. Und das klingt jetzt wie so eine Lapalde, die man halt mal so durchmachen muss, aber diese Erkrankung kann richtig ordentlich sein, wie wir im Winter 2023 oder auch 2022 erlebt haben, dass Kinderarztpraxen und Kinderkliniken am Rande ihrer Kapazitäten waren aufgrund der RSV-Welle. Bisschen wie bei den Winterreifen von O bis O. Von November bis April geht diese Erkrankungswelle. Man hat meistens tatsächlich doch den Peak am Ende eines Jahres, also November, Dezember bis in den Januar hinein. Dann übernimmt Influenza, jedenfalls erfahrungsgemäß, in den letzten Jahren die Oberhand und RSV schwappt langsam wieder runter. Aber das ist so die klassische Erkältungswelle November bis April. Bei Kindern von 0 bis 6 Monaten macht RSV klassischerweise eine sogenannte Bronchiolitis. Klingt ganz süß, ist eine Infektion der kleinsten Atemwege, kann hin bis zu einer massiven Lungenentzündung reichen und ist dementsprechend auch keine Lapalie. Ab 6 Monaten ist es so eine klassische obstruktive Bronchitis, wie wir es nachts von unseren Kindern oft kennen. Dieses klassische Husten und Keuchen, ganz trocken, das ist ab 6 Monaten der Klassiker bei der RSV-Infektion. Geht oft einher mit einer massiven Einschränkung des Allgemeinzustands, den Kindern geht es wirklich richtig schlecht. Fieber kann natürlich auch eine Rolle spielen und sie sind schlapp, sie essen wenig, sie trinken wenig. Also wirklich nicht etwas, wo man sagt, ein kleiner Schnuppen und morgen ist wieder weg, sondern etwas, wo Eltern sich massiv Sorgen machen. Und kleine Anmerkung, auch Menschen ab dem 16. Lebensjahr oder auch Menschen mit einem schwachen Immunsystem sind davor nicht gefeit vor dieser Erkrankung. Weshalb sich natürlich viele Menschen denken, kann man nicht davor in irgendeiner Art schützen, präventiv etwas tun, damit es gerade auch bei den Säuglingen nicht direkt zu dieser massiven Infektion kommt. Und darüber sprechen wir heute. Und Menschen haben sich etwas überlegt, denn es gibt mittlerweile seit August 23 einen zugelassenen Impfstoff gegen RSV, der extra für diese Kinder oder das Klientel, was ich gerade benannt habe, gedacht ist. Auch die Menschen Ü60. Die Besonderheit dabei ist, dass nicht die Kinder an sich in jungen Jahren und Monaten geimpft werden, sondern die Schwangeren. Ähnlich wie bei der von der STIKO empfohlenen Keuchhustenimpfung wird hier also der Nestschutz der Mütter ausgenutzt. Die Mutter wird geimpft, bildet Antikörper, die dann über die Plazenta auf das Kind übergehen und so eben den entsprechenden Schutz bilden. Aber auch ähnlich wie bei der Keuchhustenimpfung sind diese Antikörper nicht lebenslänglich vorhanden. Übrigens auch nicht bei der Infektion, weshalb man sich Jahr für Jahr neu anstecken kann, sondern sie werden produziert und fallen dann langsam wieder ab. Weshalb das Timing bei dieser Impfung auch gar nicht so leicht ist, denn ich möchte ja die Kinder vor allem nach der Geburt und im ersten Lebensjahr schützen. Wenn ich also weiß, der ET, also der Entbindungstermin der Frau ist irgendwie im Hochsommer, macht es dann überhaupt Sinn, sie im Februar, März zu impfen? Und das besprechen wir gleich auch noch. Was ist das für eine Studie gewesen? Blende ich euch gerne mal ein, also eine wissenschaftlich fundierte Studie ist immer multizentrisch und doppelblind randomisiert. Das heißt, man gibt der einen Patientengruppe einen Wirkstoff und der anderen Patientengruppe eben nur den Placebo, den Scheinwirkstoff und guckt dann, wie viele Infektionen in diesem Fall von RSV waren denn behandlungsbedürftig und in welchem Grad. Hier hat man auch über 3000 Schwangere eben geimpft und nicht geimpft und hat geschaut, wie verteilen sich da die prozentualen Angaben der RSV-Infektion. Medizinisch betreut bei schweren RSV-Infektionen wurden sechs Säuglinge im Impfstoffarm versus 33 Säuglinge im Placeboarm. Und damit errechnet sich eine Wirksamkeit des Impfstoff in diesen 90 Tagen von knapp 82 Prozent. Und auch hier siehst du, Impfstoffe erreichen selten 100-prozentigen Schutz. Den gibt es einfach nicht. Innerhalb von 180 Tagen waren es 19 Fälle, die eine schwere RSV-Infektion hatten als Säuglinge versus die 62 Säuglinge, die man betreuen musste. Und das wiederum ergibt eine Impfwirksamkeit von ca. 70 Prozent. Was man zu der Studie aber auch sagen muss, die Anzahl mit über 3000 Schwangeren ist natürlich relativ gesehen noch ziemlich klein, deswegen auch überschaubare Daten. Und sie sind jetzt nicht ausgelegt für Risikoschwangere, also Mehrlinge oder irgendwelche anderen Schwangerschaftserkrankungen, weil die wurden natürlich in so einer Studie nicht eingeschlossen. In dieser Studie sind keine nennenswert erhöhten Nebenwirkungsraten aufgetreten, wie die normalen Impfnebenwirkungen, die wir ja kennen von anderen Impfungen, also die klassischen Abgeschlagenheit, dicker Arm, schmerzende Schulter, dicke Lymphknoten etc. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, kleine Fallzahl und nicht lange Beobachtungszeit, also sehr, sehr seltene Nebenwirkungen mit 1 zu 5000 etc., die sind natürlich noch gar nicht erfasst. Offene Fragen sind auf jeden Fall auch noch, was machen wir mit drohenden Frühgeburten? Wir haben ja in der Praxis auch oft damit zu tun, wir wissen, diese Schwangerschaft wird den errechneten Entbindungstermin nicht erreichen. Es wird eine Frühgeburt. Sollte man hier vor dieser 32. Woche vielleicht auch schon impfen? Fragezeichen. Andere Frage ist, was machen wir im nächsten Jahr? Frau wird wieder schwanger. Muss ich aufgrund dieser Immunitätslage wieder impfen? Oder reicht vielleicht die vom Vorjahr noch die Impfung? Wenn wir uns an die Keuchhustenimpfung erinnern oder du das Video hier gesehen hast auf dem YouTube-Kanal, kann ich dir gerne mal hier einblenden, heißt es ja in jeder Schwangerschaft erneute Impfung. Und wir wissen auch noch nicht, was ist mit Risikoschwangeren, Mehrlingsschwangeren? Was machen wir, was empfehlen wir diesen Frauen? Das ist also eine ganz individuelle Geschichte, die du mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen eben klären müsstest. So, nachdem wir jetzt die Basics, die Studie durchgeblättert haben, dann kommen wir doch jetzt mal zu den ganz praktischen Empfehlungen. Wie ist das jetzt? Ich bin schwanger. Kann ich mich impfen lassen? Wo kann ich mich impfen lassen? Sollte ich mich impfen lassen? Wenn man die Fachgesellschaften durchblättert und durchforstet, dann sind die sich alle einig. Ja, die Empfehlung ist laut Fachgesellschaften gegeben. Ich blende sie euch gerne alle mal ein. Natürlich darunter auch die Fachgesellschaft der Gynäkologie und Geburtshilfe, aber auch die kinderärztlichen Fachgesellschaften. Und da steht die klare Empfehlung, ab der 32. Schwangerschaftswoche sollte RSV geimpft werden. Welche Empfehlung noch aussteht, stand jetzt, wir schreiben den 14. Februar 2024, wo ich dieses Video aufnehme, ist die STIKO-Empfehlung. Es kann also sein, wenn du dieses Video in einem halben Jahr erst schaust, dass die STIKO hier auch schon grünes Licht gegeben hat. Aktuell ist geplant, dass im Frühjahr 2024, also jetzt in den nächsten Monaten, die STIKO auch ihr grünes Licht geben wird. Ja, jetzt haben wir aber das Dilemma, auch in der Praxis, dass natürlich ein paar Schwangere schon davon gehört haben, sagen, oh ja, das klingt ja sehr, sehr sinnvoll. Ich möchte mein Kind auf jeden Fall schützen nach der Geburt. Ich möchte den Impfstoff jetzt schon haben, auch wenn die STIKO noch nicht gesagt hat, go. Was passiert denn jetzt? Dann bleibt das Ganze eine Selbstzahlerleistung. Also rein offiziell kann man natürlich diesen Impfstoff schon beziehen, man kann ihn besorgen für die Schwangere, aber die Kosten werden noch nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist das Problem, weil ich blende euch gerne mal den Preis, der jetzt aktuell steht in der Liste ein. Es ist nicht sehr attraktiv, so viel Geld dann doch hin zu blättern für diesen Impfstoff. Also müssen wir doch weiter auf die STIKO warten, bis die Kosten auch wirklich übernommen werden von den Krankenkassen, was aber zu 99 Prozent zu erwarten ist. Was man natürlich überlegen könnte, ob man die Krankenkasse schon mal schriftlich oder telefonisch fragt. Hier, ich hätte gern die Impfung, die Empfehlung stehen. Habt ihr vielleicht doch die Möglichkeit, mich kostengünstig zu unterstützen oder sogar komplett die Kosten zu übernehmen? Was kann man tun, wenn man jetzt auf diese Impfung verzichten möchte, aus welchen Gründen auch immer oder auch finanziell sich das einfach nicht leisten kann aktuell? Dann gelten die alten Regeln, die wir aus der Pandemie mit Corona kennen. Also Abstand halten, nicht ins Gesicht fassen, in die Elleboy genießen, Hände regelmäßig waschen. Gerade zu der Saison, wenn die Kinder heimkommen, einmal Hände waschen lassen, ist immer eine gute Idee. Natürlich auch die Eltern. Ja, das mit der Keuchhustenimpfung interessiert dich jetzt doch, dann darfst du dir dieses Video gerne mal anschauen. Oder die Ringelröten, auch so eine saisonale Geschichte. Die in der Schwangerschaft zu haben, auch nicht schön, erkläre ich dir aber alles in diesem Video. Und das Wichtigste, was du jetzt noch tun kannst, den kleinen Abonnieren-Knopf drücken, damit ich dir helfen kann, euch besser selbst helfen zu können. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Bis dann und tschüss.